Guten Abend, herzlich willkommen zum Forex am Abend, Ihrem persönlichen Markt aus und Rückblick. Mein Name ist Dennis Gürtler, schön, dass Sie eingeschaltet haben. Wir haben Dienstag, den 5.08.2014, es ist 19.14 Uhr ganz genau. Einzig der DAX ist mit 0,16% ganz leicht im Minus. Alle anderen Aktienindizes deutlich im roten Terrain. Euro Stocks minus 0,6, Dow Jones minus 0,5, Nasdaq minus 0,6% hier aktuell und auch die Edelmetalle geben nach. Der größte Tagesgewinner, die größten Tagesgewinner, das sind letztendlich der US-Dollar und das britische Fund. Ansonsten hält der Verkaufsdruck weiter an. Der Dow Jones, den Sie hier auf dem Stundenchart sehen, pendelt aktuell zwischen 16.433 und 16.611 Punkten. Zu den Aktienindizes kommen wir wie gewohnt dann immer zum Schluss des Videos. Erstmal zum Thema Gold. Gold gab hier wieder nach. Letztendlich immer noch in dem abwärtsverlaufenden Trendkanal. Gerade hier an der Unterstützung. Wir konnten da heute minimal abprallen. Aber auch Gold hier mit minus 0,16% leicht im Minus. Aufgrund der unteren Unterstützungen hier absolut keine Shortposition. Jedenfalls gegenwärtig nicht. Einzige Variante bleibt wie immer nur der Bruch des abwärts geneigten Trendkanals. Silber hingegen ist schwächer und kommt jetzt hier in die Kaufzone. Eine Kauforder wurde bereits ausgelöst bei 20 US-Dollar. Genau 20.02. Etwas über der psychologischen Marke. Und jetzt die zweite Position wird hier bei 1948 aufgebaut. Und das ist letztendlich sowohl physisch als auch tradingtechnisch, sage ich jetzt mal. Die physische Position ist so gesehen mit endlos Laufzeit. Die Trading Position muss gestoppt werden. In dem Fall, da geht es ja nicht um Absicherung, sondern da werden wir den Stop bei 17,95 platzieren. Alles in allem hier knapp 1,7 Dollar pro Fein und so etwas weiter. Aber dafür ist die Positionsgröße kleiner. WTI und Brand knicken hier schön weg. Wir hatten ja gesagt, hier Shortposition schön bei der 99er. Stop über der 100,09er hat er hier nicht mehr ganz erwischt. Dem Forex am Morgen hatten wir da noch gesagt, er kann hier schon drehen. Tat er letztendlich, aber es ist noch nicht vorbei. Die Short Position oder die Short Trading Idee bleibt hier oben weiterhin bestehen. Da ändert sich gar nichts. Und die zweite ist ja so gesehen mehr oder weniger zum Greifen nahe. Wir haben einmal hier den Pullback. Und zum zweiten haben wir dann hier natürlich den Durchbruch unter die 97er Marke. Bei Brand sieht es ähnlich aus. Auch hier hatten wir einen schönen Durchbruch und stabilisieren uns jetzt am letzten Tief. Ich finde WTI technisch sauberer zu handeln als Brand. Daher konzentrieren wir uns in dem Fall auch auf Brand. Im EURUS-Dollar hatten wir ja gesagt, die Situation ist nicht entspannend, selbst wenn wir ansteigen. Spätestens im Bereich der 1,35, 1,35, 1,50 kriegen wir hier enorme Probleme. Da liegen ja auch noch zahlreiche EMAs, angefangen von der 50er, 200er, 100er. Also kann ich nachher mal einzeichnen. Das heißt, jegliche Erholung, auch die wir jetzt sehen sollten, nach der es aktuell nicht ausschaut, sind spätestens hier im Bereich der 1,35, 1,40 blockiert, sage ich mal, durch die Trendlinie, durch die zahlreichen EMAs. Der nächste Zwischenstopp jetzt auf dem Weg zur 1,31 liegt jetzt erstmal so im Bereich der 1,32, 1,83. Bis dahin können wir fallen. Wir müssen es nicht fallen. Denn Long-Positionen sind unterzugewichten, Short-Positionen sind überzugewichten. US-Dollar, Japanisch, Yen, Tageschart, ausgebrochen aus dem Dreieck, aber der Ausbruch nach dem Ausbruch, das sage ich immer wieder, ist hier letztendlich entscheidend, zielentscheidend. Denn er muss jetzt hier auch, wenn er den Ausbruch bestätigen möchte, über die 1,305-Marke steigen. Nicht nur die psychologische 1,305, sondern auch dieses Ausbruchsniveau ist wichtig. Dann haben wir hier eine Bestätigung, Stopp wäre dann in dem Fall unter diesem Tief. Ich würde dann tendenziell noch dieses hoch mitnehmen. Wegen den paar Pips würde ich den Trade jetzt nicht zu eng stoppen und dann letztendlich hier den Stopp da drunter setzen. Man kann es auch noch mit dem Fibonacci-Retracement abgleichen und dann sind wir hier unter dem 50er-Retracement. Die Long-Position dann über der 103er-Marke, über der psychologischen 103er-Marke. Australisch-Dollar, Kanadisch-Dollar läuft weiterhin wie geplant. Da gibt es aktuell kein Update in der Form, dass irgendwas an der Position gerüttelt wird. Diese zwei Szenarien waren ja hier im Fokus und es bleibt dabei, der Chart ist weiterhin long, solange er sich über der 1,01 aufhält. Kursziel wäre dann hier die 1,0340. Britisch-Fund-Kanadisch-Dollar, da tut sich was. Wie lange schon, und das sind jetzt ziemlich viele zugegebene EMAs, aber Sie wissen worauf ich hinaus will. Wir können auch im Prinzip alles wegmachen. Es wird deutlich, wie lange schon konsolidiert er hier in dieser durchaus sehr breiten Range von knapp 550 Pips. Der Ausbruch wird irgendwann kommen. Er wird nicht ewig weiter so seitwärts laufen. Es ist typisch, dass in den Sommermonaten hier die Liquidität ein wenig zurückgefahren wird. Die Trading-Aktivität auch natürlich grundsätzlich sinkt angesichts der Temperaturen, angesichts anderer Verbindlichkeiten wie Urlaub und so weiter und so fort. Und da ist es mit hoher Wahrscheinlichkeit jetzt so, dass wir auch in den nächsten ein, zwei Wochen vermutlich keinen Ausbruch sehen. Es wird dann vermutlich eher gegen den September reingehen. Aber das ist nur eine reine Spekulation. Letztendlich muss man hier jeden Tag mit dem Ausbruch rechnen. Das ist einfach so. Rein von einigen statistischen Berechnungen gehen wir von zwei Wochen aus. Aber das ist, wie gesagt, relativ egal. Und die Trendfortsetzung ist natürlich die wahrscheinlichere Variante. Und wenn im Prinzip sich hier dieses Setup nach oben hin erfüllt, dann ist das ein Kurspotenzial von fast 500 Pips, ohne sich da reich rechnen zu wollen. Aber der Britisch-Fund-Kanadisch-Dollar ist momentan einer der interessantesten Werte. Aktuell noch ganze 160 Pips entfernt. Aber heute hatten wir auch schon wieder 130. Das heißt, in ein, zwei Tagen könnte er die Distanz locker überwinden. Hier Britisch-Fund-Kanadisch-Dollar. Sehr, sehr interessant. Australisch-Dollar-Schweizer-Franken hat nicht funktioniert. Wir hatten gesagt, der Long-Ausbruch über 0,84,71. Das muss auch dazu gesagt werden, wenn es nicht funktioniert. Der Stop ist hier unter diesem Tief gesetzt im Bereich der 0,84,50. Das heißt, man riskiert hier 30 Pips. Wenn er hier nicht anzieht, dann ist das Setup eben hinüber. Noch hat es nicht funktioniert. Aber letztendlich sieht es auch nicht wirklich gut aus. Warten wir uns mal ab, wie der Australisch-Dollar-Schweizer-Franken hier mit dem Setup umgeht. Und dann Britisch-Fund gegen die schwedische Krone. Ich sagte es bereits, das Britische-Fund ist stärker hier als viele Währungen heute gewesen, als auch stärker als auch gegen den US-Dollar. Auf jeden Fall, Britisch-Fund heute hier deutlicher Outperformer. Naja, Seistrom 11,68,50 hier die Marke. Er triggert damit das letzte Hoch, die bullische Flagge im übergeordneten, aufwärtsgerichteten, trendfortsetzenden Modus. Alles völlig in Ordnung, wie gesagt. Aber er muss die Flagge triggern. Er muss sie bestätigen. Sonst letztendlich überzeugt mich dieser Chart nicht. Im Dow Jones können wir ganz klar sagen, dass die nächsten Impulse erst dann entstehen werden, wenn wir hier entweder über die 16.621-Marke steigen, dann vermutlich hier mit einem Kursziel. Und da sieht man es schon. Selbst, falsche Trendlinie. Selbst, wenn wir hier ansteigen können, hier kommen durchaus eine Menge an Widerstände, an denen er jederzeit abprallen kann. Das heißt, die Long-Positionen müssen in Anbetracht dieser Widerstände getradet werden. Also enge Stops, nicht zu viel erwarten. Wenn mehr kommt, in Ordnung. Wenn nicht, dann nicht. Weil, wie gesagt, gegen diese Widerstände auch anzutraden, ist durchaus nicht ganz spaßig. Und daher bleibt es dabei, der Long-Ausbruch qualitativ ist nach oben minderwertiger, als der Short-Ausbruch hier nach unten in den Bereich der 16.330. Wenn wir da nochmal auf den Tagesschart gehen, spätestens da ist dann Schluss. Sie sehen es. Wir testen nämlich hier langsam das obere 200er Band an. Und das wiederum drückt durchaus dann nach oben. Gleiches im DAX aktuell. Wenn überhaupt die Erholung, dann vermutlich erst über 9.260 mit einem Kursziel von 9.381. geht es unter die 9.110er Marke. Dann kann man davon ausgehen, dass wir in den Bereich von 9.083 im späteren Verlauf dann auch in die 9.892er Marke vorrücken. Da das jetzt meine letzte Möglichkeit ist, vor morgen noch der Hinweis, heute Nacht um 0.45 Uhr aus Neuseeland, Arbeitslosenquote zweites Quartal, Arbeitskostenindex und erwerbstätigen Anzahl. Also hier, ich sage mal, so etwas Kleines wie die Non-Farm-Payrolls, nur im Neuseeländisch-Dollar seien Sie diesbezüglich vorbereitet. Das war es von meiner Stelle aus. Ich hoffe, Ihnen hat es gefallen. Ich sage wie immer Good Trades. Und wenn Sie mögen, bis bald. Auf Wiedersehen.